Und das hat natürlich eingeschlagen in der Kunstwelt wie eine Bombe. Und ich glaube, NFTs sind gekommen, um zu bleiben. Was rätst du jetzt jemandem, der in Kunst investieren will, aber jetzt nicht unbedingt jetzt 66 Millionen gerade so auf dem Konto rumliegen hat? Heute sprechen wir über den größten Coup der noch jungen NFT-Geschichte. Mike Hager ist wieder in der Haus, Geld-Experte und Krypto-Experte und Riesenfan von NFT. Ja, stimmt. Erzähl mal, Mike, die Geschichte von dem größten Coup. Der größte Coup der letzten Zeit zumindest war die Versteigerung von einem Kunstwerk von Beeple. Bei einem sehr großen, sehr alteingesessenen, renommierten Auktionshaus. Übrigens, die nächste große Versteigerung ist bei Christie's. Da werden neun Kryptopunks versteigert. Das wird wahrscheinlich auch ein Riesending. Was war an Beeple so krass? Bei Beeple war es so krass, dass es um ein einziges Bild ging, das versteigert wurde. Und dieses Bild war nicht wie sonst in der Kunstwelt ein echtes Bild, das du dir an die Wand hängen kannst, sondern ein NFT, ein Non-Fungible Token. Ein Bild, das so nur virtuell über die Blockchain existiert. Und dieses Bild hat 69,3 Milliarden Euro. Ich hätte immer schon ein Schrittchen zu weit. Kommt, kommt, kommt. Kommt, kommt, in zwei Wochen. Genau, Millionen Dollar gebracht. Warum? Erstens, weil die Geschichte dahinter so geil ist. Weil Beeple über 13 Jahre lang jeden Tag ein Bild gemalt hat. Das sind seine sogenannten Everydays. Beeple, zur Erklärung, so heißt der Künstler. B-E-E-P-L-E. Jeden Tag ein Bild gemalt. 5000 Bilder. 13 Jahre lang. Sogar am Tag, als seine Frau das Kind auf die Welt gebracht hat, hat er kurz bevor sie ins Krankenhaus gefahren sind, weil er ja jeden Tag ein Bild malen muss, noch ein Bild gemalt, kurz. Und das ist natürlich eine Geschichte, die sich verkauft und die Menschen interessant finden. Und dieses Bild, das sie für 69,3 Millionen gekauft hat, war diese Collage aus 5000 von Beeple's Everydays. Und das hat natürlich eingeschlagen in der Kunstwelt wie eine Bombe. Erstens, dass ein renommiertes, großes, alteingesessenes Auktionshaus, die sonst Picassos, Monets, Magrits, was auch immer versteigern, dass die hergehen und das erste Mal einen NFT versteigern. Ein Bild, das so nur über die Blockchain existiert. Also ein Non-Fungible Token, ein Unikat auf der Blockchain. Das war das eine. Und das andere war eben das, was das Bild eingebracht hat, 69,3 Millionen. Es haben schon viele mit viel gerechnet, aber nicht mit so viel. Und die allerabgefahrenste Geschichte dahinter ist, dieses NFT-Ding ist ja so jung. Und Beeple hat über viele Jahre hinweg eben seine Kunstwerke gemalt. Hat inzwischen eine echt krasse Follower-Schaft, auch auf Instagram und so. Aber noch im Oktober 2020 konntest du bei Nifty Gateway, bei einem sogenannten Drop, mitmachen, bei Beeple. Und hast dann eine Open Edition gekauft. Eine Open Edition ist, wenn es von einem NFT mehrere, also eine Edition gibt, mehrere Abzüge sozusagen von dem gleichen Bild. So eine Open Edition geht dann über ein paar Minuten und so viele, wie in dieser Zeit gekauft werden, so viele werden dann gemintet. Also so viele werden dann als NFT produziert. Und da wurden halt Beeple-Everydays produziert. Die gingen raus für ein paar hundert Dollar. Hast du damals gezahlt im Oktober für so eine Open Edition. Nach der Versteigerung von den 69,3 Millionen von dem Kunstwerk, hast du so eine Open Edition verkauft für 155.000 Dollar. Also das war ein großer Coup. Und da folgten noch welche und da werden noch viele folgen. Das bleibt keine Eintagsfliege. Das bleibt keine Eintagsfliege. Vor einer Zeit hat ein anderer Künstler, der heißt Park, P-A-K, Murat Park, bei Sotheby's eine Versteigerung gemacht von einerseits Open Editions, also mehrere Abzüge, aber auch von Unikaten. Hat auch viele Millionen reingeholt. Und die Reichweite von NFTs und von Kunst im NFT-Bereich wird immer größer. Die Nachfrage wird auch immer größer. Also es kommt auch immer mehr so in die alteingesessene Kunstwelt rein. Und ich glaube, NFTs sind gekommen, um zu bleiben. Und NFTs in der Kunstwelt sogar noch mehrfach tatsächlich. Was rätst du jetzt jemandem, der in Kunst investieren will, aber jetzt nicht unbedingt 66 Millionen gerade so auf dem Konto rumliegen hat und vielleicht für einen kleineren Betrag, vielleicht einen Tausender investieren will. Ist es Glückssache oder wie kann man sich da jetzt informieren und vielleicht dann ein Glückstreffer auch landen? Da gibt es so ein paar Komponenten. Die wichtigste Komponente ist, wenn du da reingehen möchtest, wirklich nur mit ein bisschen Geld reingehen, dass du dir auch leisten kannst zu verlieren. Ganz, ganz wichtig, weil von jedem Kunstwerk, was du da kaufst, theoretisch besteht die Möglichkeit, dass das irgendwann mal nichts mehr wert ist, wie bei jeder Kunst. Weil Kunst oder solche Sachen, das sind ja alternative Investments, haben immer nur den Wert, den jemand anderes bereit ist, dafür zu zahlen. Also mein erster Ratschlag wäre, kauf dir Kunst, die dir selber total gut gefällt. Weil wenn es dir total gut gefällt, kann das Ding auch irgendwann mal wertlos sein. Für dich wird es immer einen Wert haben, weil du sagst, hey, gefällt mir total gut. Nifty Gateway ist so eine Plattform, ich sage jetzt mal, das ist so eine Einstiegsdroge, weil du bei Nifty Gateway keine Wallet brauchst, weil du dort nicht mit Kryptowährungen zahlen musst. Du kannst dort ganz einfach, tada, mit deiner Kreditkarte zahlen. Macht die Einstiegshürde sehr niedrig, was dazu führt, dass viele Menschen einsteigen. Und jetzt läuft es halt schon seit ein paar Monaten so, dass ein Künstler was rausbringt bei Nifty Gateway. Das sind meistens ein paar Unikate und eine Open Edition. Open Edition, wohlgemerkt, 3 Minuten, 5 Minuten, 7 Minuten, 15 Minuten in der Zeit, so viele gekauft werden, so viele NFTs werden produziert. Und ganz viele machen das jetzt schon seit ein paar Monaten so, dass die sagen, geil, ich kaufe eine Open Edition, mega auf dem Zweitmarkt, kannst du nämlich bei Nifty Gateway sofort auf den Marketplace gehen, kaufe ich für 500, verkaufe ich für 700, für 1000, für people, 500 gekauft, 155.000 verkauft. Das ist ja ein No-Brainer. Ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Also das ist die eine Sache. Auch hier allerdings gibt es wieder Künstler, die machen dann bei Nifty Gateway sogenannte Drawings. Also da gibt es dann eine Open Edition von, es ist nicht eine Open Edition, aber es sind keine Unikate, da gibt es dann vielleicht 50 oder 100 Stück. Und wenn du dann, gab es zum Beispiel, letztens hat Beeple ein Drawing gemacht. Beeple hat gesagt, hey, ich verkaufe sieben meiner Kunstwerke, ah, sieben Dollar das Stück. Und da reinzugehen in so ein Drawing, was ist ein Drawing? Drawing ist, du sagst, hey, ich kaufe das, wollen vielleicht 20.000 Menschen und dann werden aus der Lostrommel sieben rausgezogen, die es dann kaufen dürfen. Ich habe das danach bei Twitter gelesen. Da hat halt dann einer für sieben Dollar so ein Beeple-Kunstwerk gekauft und dem hat einer geschrieben sofort, hey, ich gebe dir 320.000 dafür. Und dann hat er bei Twitter geschrieben, wow, das ist lebensverändernd für mich, soll ich das machen? Was haben die Menschen bei Twitter geschrieben? Bist du geisteskrank? Das Ding ist eine Mio-Wert. Und da so ein Drawing mal mitzumachen und so ein Los in die Lostrommel zu werfen und zu sagen, hey, kriege ich so ein Beeple für sieben Dollar? No-Brainer. Also da kann man machen. Eben schauen, wer sind die großen Namen. Puck ist ein großer Name. Xcopy, also X-C-O-P-Y ist ein großer Name. Fivosius ist ein großer Name. Friedrich, Emil, Wilhelm, Otto, Cäsar, Ida, Otto, Ulrich, Siegfried. Fivosius, auch einer der großen. Auch einer derer, von denen gemunkelt wird, dass er vielleicht bald bei einem großen Auktionshaus auktionieren darf. Der ist 18. Der oder die. Also sich da welche rauszusuchen, wo man sagt, hey, so eine Open Edition kostet vielleicht mal 300, 500 Dollar. Da mal, das ist zocken. Da mal zu zocken, kann man unter Umständen auch machen. Und ansonsten halt wirklich einsteigen bei Discord, einsteigen bei Twitter, den richtigen Menschen folgen. Und also tatsächlich als Tipp, wer mir bei Twitter folgt, Ad Nullinger, heiße ich immer noch bei Twitter, der wird sehen, wem ich folge. Es sind in der Regel Menschen, also wenn du Menschen folgst bei Twitter, die ein Kryptopunk-Profilbild haben, dann hast du es meistens mit Menschen zu tun, die Ahnung von NFTs haben. Also Kryptopunk-Menschen zu folgen, ist zumindest mal ein wichtiger Tipp. Ja, und dann tatsächlich auch mal, das Geile ist, die Wallets sind ja öffentlich einsehbar. Also alles, was alle haben, kann jeder einsehen. Und mal dann zu schauen, wer sind die großen Sammler, welche Künstler haben die, haben die junge Künstler, die vielleicht noch günstig zu haben sind. Und da mal vielleicht was zu kaufen, ist auch eine interessante Strategie. Aber das Wichtigste ist, Geld, das du dir leisten kannst, zu verlieren und Sachen, die dir gefallen. Das wären so die zwei allerwichtigsten Dinge. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Übrigens, wir haben ein weiteres Video gedreht, wo es ein bisschen tiefer reingeht, wenn ich das jetzt heiß gemacht habe. Very deep. Da erzählst du dann, wie man die 66 Millionen holt. Ja, klar. Ganz einfach. Von heute auf morgen. Nee, das ist dann in deinem Online-Kurs, ne? Ja, genau. Komm mit meinem Online-Kurs. 69 Millionen über Nacht. Nein, unseriös. Machen wir nicht. Nein, aber du hast ja tatsächlich seriöse Online-Kurse. Ich kann die gerne unten in der Beschreibung mal verlinken. Erzähl vielleicht da ganz kurz was. Ja, also ich habe tatsächlich mehr Sachen. Ich habe Bücher, ich habe ein Buch, das heißt Geld allein ist auch eine Lösung, wo es wirklich darum geht, wie du mit deinen Finanzen sinnvoll umgehst, um dir nach und nach ein Vermögen aufzubauen. Nicht über Nacht, aber über ein paar Jahre. Und ja, ich habe auch Online-Kurse. Ich habe einen Mitgliederbereich, den ich sehr cool finde. Aus meiner Sicht der beste Finanzmitgliederbereich Deutschlands, wo du für sehr wenig monatlich Geld sehr viel Wissen bekommen kannst, was dich, ich glaube, das darf ich an dieser Stelle schon so sagen, was dich sehr vermögend machen kann. Aber wie gesagt, nicht über Nacht, nicht Sixpack in drei Tagen, nicht Millionär in einer Woche. Nachhaltig, seriös und langfristig, sodass du wirklich dir ein Vermögen aufbauen kannst. Ich finde das wirklich gut, also wie du es rüberbringst, dass man es versteht, dass es nicht zu kryptisch ist. Genau, so wie Clubto. Ja, und mir kann dir sehr gut folgen und es sind sehr, sehr geile Tipps. Danke dir. Das kann ich auf jeden Fall schon mal an der Stelle sagen. Vielen Dank, Kevin. Ja, also danke, dass du hier warst. Wie gesagt, hier gibt es das nächste Video und in der Beschreibung dann alles Weitere zum Mike und Kanal und alles verlinkt. Kanal, ich habe mir. Ich habe dich gesehen. It was a big pleasure, Mike. Same here, same here, mein Lieber. Danke dir. Cheers, mein Lieber. Cheers.